Im Meerwasser ist 3,5% Salzgehalt. Im Menschen sind 3,5% Salzgehalt. Natur überwindet die Gewohnheit. Die Natur ist die beste Führerin des Lebens. Die Natur macht nichts vergeblich. Es gibt nur eine Natur. Die Natur vereinigt die Gegensätze der Harmonie. Das erste Keimen eines gerechten Verlangens fliegt durch die Seele wie der Wind. Der Geschmack des guten Willens spielt in ihr wie die Luft und die Vollendung vollkommener Werke grünt in ihr wie die Grünheit der Welt, die zu weiterer Reifung wächst. Menschen diskutieren. Die Natur handelt. Zurück zur Natur. Alles ist Mitteilung in der Natur. Der Nebel ist der Weichzeichner der Natur. Barfuß über die Wiese gehen. Ganz bewusst anhalten und die Sonne wahrnehmen. Das beste Heilmittel ist, immer wieder zu dem Ursprung zu gehen, zu den Wurzeln. Mal wieder neben einer Pflanze sitzen, zum Beispiel ein Springkraut. Die Natur reguliert sich selbst, egal was die Menschen denken. Aber urban Lebens Regard fliegen... Vielen Dank.